Es funktioniert. Aber jetzt hört ihr auch was. Sehr schön. Circo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo? Ich glaube es wird ausgesprochen so. Circo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-Zo-zen Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht wie es übersetzt. I don't know where you heard about the road Books, the ballad, legend, lore But it will kill you Didn't kill you That can only take you so far Was ist the road? And who is it? And who is it? I don't see you on a shortcut The road promises that what's missing awaits you at its end Who are you? My name is Moni That was just a W or not? That just looked like a W of Wanda's W No, that's a M Oh no Das war Wanda's Grundstück Und irgendwie hat Eva Witch drauf geschrieben Oh Oh All we need is a bit of talent Even the most down and out which is one in close proximity with each other Bring it Aber Das ein Fluch Also Fluch Verzauberung Spell Auf ihn gelegt wurde Das ist spannend Und The path you're currently on leads nowhere Join me Us She is good She is good Wie das mit der Magie in dieser Welt funktioniert Weil das funktioniert in jeder Welt unterschiedlich und ich finde das so spannend Oh Ich liebe ihn Was ist ein Bedürfnis Oh Aber Oh Das ist wahnsinnig nennt und nicht bei seinem Namen, den er ja glaubt, dass er ihr gesagt hat. Das frage ich mich grad. Oh, waren die Tiere von den Seven Salem Witches oder was das war? Das könnte gut sein. Aber, bevor wir jetzt rausfinden. So, also ich habe natürlich komplett verkackt, dass ich nicht gecheckt habe, dass auf dieser Einstellung kein Mikrofon dabei ist, deshalb jetzt kurz ein Voice-Over. Das tut mir sehr leid, aber ich werde das für den nächsten Stream ändern. Insgesamt möchte ich mich bei allen bedanken, die sich das Video anschauen, die sich das hier angeschaut haben und die meine anderen Videos anschauen. Ich wünsche euch das aller allerbeste und bis zum nächsten Mal. Ciao!